Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer Spookyherzig, willkommen auf meinem Kanal. Ja, natürlich geht es jetzt weiter mit Naruto Shifu und Ultimate Ninja Storm Revolution. Und wir haben hier jemand drinnen, der seine ewige, oder ja, ihre Rache einfach haben möchte. Und schauen wir mal, ob sie sie kriegen wird oder nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, wer es ist, wenn ich schon sie sage. Aber das seht ihr dann gleich. Wenn ihr es nicht wisst, natürlich. Ich weiß nur, dass sie sich schon in den Streams aufgeregt hat wegen mich, weil ich sie immer wieder besiegt habe in den Streams. Was ihr natürlich jetzt nicht sehen könnt, aber die natürlich im Stream dabei sind, die wissen natürlich. Und ja, es ist natürlich die Rede von Monkey the Drill. Mal gucken, mal gucken, ob sie jetzt ihre ewige Rache bekommen wird. Ich muss sie jetzt auf jeden Fall besiegen. Sie hat mich im letzten Marathon in beiden Kämpfen besiegt. Also das kann ich jetzt mir echt nicht auf mir sitzen lassen. Das kriegt sie jetzt auf jeden Fall zurück. Schauen wir mal. Ich muss mich nur konzentrieren, dann klappt das Ganze schon. Ach, wie süß mein Akamaru wird. Ach, wie süß mein Akamaru ist so cool. So, und jetzt? Chino! Danke. So, und jetzt? Rölfi! Scheiße, das war überhaupt nicht geplant. Warum drücke ich dann? Nein! Ich muss echt aufpassen. Mein Schild wurde gerade richtig in den Arsch gebumst. Akamaru! Habt ihr gerade mal auf Akamaru geguckt? Ach, wie süß, ey. Wie süß, ey. Ey, super, ey. Super, wirklich. Guck mal jetzt. Akamaru! Egal, wenn auch wenn ich schadenfreundlich springen kriege. Nein, 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 nein. Scheiße, ich hasse diesen Naruto, gell? Das ist auch so Naruto, der kann einfach nur schlagen. Der muss nicht sprinten. Fuck, 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 fuck. Ich glaube, sie gewinnt. Oh, die ist echt sauer auf mich, glaub ich. Ach, Mann. Jetzt auch noch Hinata, ey. Das ist, als ob das nicht genug ist, ey. Boah. Alter, Leute, ich muss mich gerade echt konzentrieren. Zack. Perfekt. Nein, ich hätte nur... Ja, perfekt. Oh, Leute, ihr wisst nicht, was ich gerade für Schiss habe. Oh mein Gott, war die Kombu geil. Oh mein Gott. Oh, ich hab gerade übel Schiss, Freunde. Ich hab gerade so richtig Schiss. Okay. Wird echt schwer, Freunde. Es wird richtig schwer. Jetzt noch zu gewinnen. Es wird echt schwer. Oh, ich hab Angst. Ich hab richtig Angst. Wie auch, das weiß ich. Zack, erwischt. Perfekt. Oh mein Gott, Leute. Macht Pause, drückt jetzt. Wer wird gewinnen? Schreibt es unten rein. Oha. Und jetzt. Zack. 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 Oh Mann. So, jetzt. Angriff, komm. Ne, ich. Doch, doch. Perfekt. Zack. Och Mann. Egal, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Das gewinnt ihr nicht mehr. Boah, Monkey D. Rolf. Das ist auf jeden Fall immer so ein richtiger Kampf zwischen uns beiden. Wenn du das sehen solltest. Aber ich glaube, du wirst es sowieso sehen. Also, das ist immer so ein Kampf zwischen uns. Warum? Und ich glaube, die meisten werden sich jetzt sowieso wieder aufregen, warum du es wieder in die Lobby geschafft hast. Also, da habe ich ja schon einiges gelesen über dich, dass du es in jede Lobby schaffst. Bei Marco, sie und bei mir. Du hast einfach so Glück, ey, immer. Aber super. Ich muss jetzt echt wieder einen Charakter nehmen, mit dem ich kämpfen kann. Weil sie ist schon so ein anderes Kaliber. Ihr seht's ja. Sie ist ja nicht doof oder so. Ich muss da echt aufpassen. Ich glaube, ich weiß auch, weil... Ich werde das Team nehmen, weil da hat sie, glaube ich, keine Chance gegen. So, das ist, glaube ich, das dritte Mal, dass ich den jetzt nehmen werde. Hier in dem Marathon. Ich glaube, ich werde den danach auch nicht mehr nehmen. Das verspreche ich euch jetzt. Ja, schauen wir mal an. Wir nehmen den Miyoboku-Berg. Mein Platz. Sieht die Maske nicht cool aus? Ey, Franzoske, ich weiß nicht, das sieht so aus. Beleidige mich nicht. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich möchte die verlieren. Weil dann habe ich meine Rache. Und zwar auf YouTube auch. Schauen wir mal. Oh, spinn du mich an. Spinn du. Das hättest du nicht machen sollen. Nein. Gut, aber Anko ist da. Perfekt. Danke, Anko. Perfekt. Die hatte kein... Ihr komisches... Natürlich. Es war ja klar. Es war ja so klar. Also, das hat sie, glaube ich, schon mal im Livestream zu mir gesagt. Sie will das unbedingt lernen, mit dem Counter zu spielen. Weil sie das davor nicht konnte. Ja, Suki. Hat sie das gemacht. Oh, Leute. Na, scheiße. Ne, das war nicht geplant. Mal gucken, ob das hier was bringen wird. Zack. Nein. Ich bin drauf reingefallen. Sehr gut. Du hast gelernt, Mädchen. Nee. Aber ich fall voll drauf rein und... Super. Lö. 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 So, jetzt kommt. Zack, zack, zack. Er hat absolut nichts gebracht. Scheiße, Feuerball von hinten. Oh mein Gott. Zack. Rasengan. Ah, ist das nicht schön. Und nochmal. Zack. Scheiße, scheiße. Lö. Lö. Was war das denn? Lö. Die hätten mich doch treffen müssen. Krass. Was für einen scheiß glücklich hatte. Nochmal. Rasengan. Und jetzt Anko. Okay, das wird knapp. Ich habe keine Tauschbalken mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was machst du jetzt, hä? Fuck, Feuerball, ey. Nichts da. Ich will die unbedingt so mit meiner Ulti treffen. Das wird so schön, wenn ich... Ach, komm. Ich fall jedes Mal drauf rein. Ich werde es mir merken fürs nächste Mal. Ich werde es mir echt merken fürs nächste Mal. Und... Nein, die hat... Oh, so ein Glück. Also da hattest du jetzt gerade echt Glück. Da hattest du echt Glück, also. So, das war jetzt echt super, ey. Zack. Zack. Und weiter... Ah, scheiße. Anko. Ja. Anko. Ja. Ja. Perfekt. Perfekt. Beide Kämpfe gewonnen. Meine Rache hat auf jeden Fall funktioniert. Super. Jetzt sind wir wieder ausgeglichen. Weil sie hat mich echt im letzten Marathon Beinemal besiegt. Beim ersten Mal ist sie, glaube ich, sogar besiegt. Also, da war es ein Fail von dem Spiel natürlich. Was wieder auf mich dann wieder bezogen wurde. Und... Ja, sie rastet wahrscheinlich gerade aus. Naja. Das war es auf jeden Fall von dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall in die nächsten Part wieder. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tödelö. Haut rein.